Da waren drei junge Burschen, waren halt angemeldet zur Ärzteprüfung. Aber da sind sie angestanden drin. Der Prüfungsausschuss, sagt der Chefarzt, der erste Reihe, sagt er, da liegt eine männliche Leiche, an was ist der gestorben? Schaut er noch an, sagt er, Herzinfarkt? Nein, nein, ist es durchgefallen. Geht er zu Wort hinein, sagt er, hier liegt eine männliche Leiche, an was ist der gestorben? Lungerkrebs? Nein. Durchgefallen. Geht der dritte, an der ist, sagt er, hier liegt eine männliche Leiche, an was ist der gestorben? Schaut er, so einfach mal an, sagt er, sie haben die Prüfung gestanden. Wie haben sie das so schnell gemerkt? Er sagt, ich werde doch mit dem Vater kennen. Er sagt, ich werde doch eigentlich wie schön gut arbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020